äh, wieso ein Spiel beginnt in 50 Sekunden? weil einer wieder raus ist du, ne, du hast nochmal ja, ich hab die 50 Sekunden gerade geskippt das war irgendwie der Fürchte hat sich gerade bereit erklärt und dann auf einmal kam über 50 Sekunden aber normalerweise fängt es ja ab 4 oder 5 Sekunden an deswegen war jetzt etwas komisch aber heute mögen irgendwie viele den Hasenkehler oder ist es wirklich nur einer unterwegs und wir kriegen den die ganze Zeit dann hat er sich schon richtig eingeschossen auf uns ja, wahrscheinlich das ist doch scheiße aber ich hab immerhin schon Generatoren gemacht hätte ich jetzt die Aufgabe, Generatoren zu machen dann hätte ich jetzt meine Blutpunkte oh, ich bin im Haus fuck, gar nicht gut hier ist ein Brunnen ah, das ist die Spucktante Spucktante ne, die hasse ich ja, die Tante oh, die ist auch irgendwo bei mir in der Nähe oh, oh, oh hat die mich gesehen? ne, sie hat mich nicht gesehen sie geht Richtung Haus fuck ich hab sie gesehen ich hab sie gesehen hier ist ein Generator hier ist ein Generator da sind so Stacheln dran den kann man nicht bedienen ne, kann man nicht hä, was ist das denn? nö Stacheln am Generator? ja hier ist ein Generator, ganz außen ganz weit weg vom Haus oh oh hä, die haben alle so Stacheln dran was ist das? ah, fuck die hat mich gesehen die hat mich gesehen die Generatoren kannst du nicht reparieren nein, ich bin vergiftet ah, und ich renne voll ins Gift rein es ist so klar, ey nein, und ich renne auf den Haken zu ah, bist du das gegenüber von mir? ja äh, die geht aber rechts hin ach, ich bin aufgehangen ey, warum bin ich heute mal die Erste? die kommt in deine Richtung, glaube ich wenn du das bist oh, ich bin schon, ich bin schon geh weg, geh weg also bist du auch gar nicht scheiße nein jetzt laufe ich da auch noch voll in die Arme ist nicht dein Ernst jetzt auf der Suche boah, ist nicht dein Ernst, ey nein, nein ich hätte draufdrücken können ich hab doch diesen Perk das hab ich total vergessen fuck das ist ein Perk ja, dass ich mich befreien kann hin und wieder dass ich da draufdrücke ja, jetzt hat sie mich aufgehangen scheiße äh, das ist wieder eine der ultimativ schlechtesten Runden heute er soll mich jetzt nur nicht versuchen zu befreien oder? doch, kann er mich noch befreien? ach, kann er mich noch befreien? okay nein blöde Tante, ey wieso ist die da dran ge- ey was haben die für eine Hacking-Scheiße, ey ich hab hier gerade voll Schlag ach, da ist sie, oh ach, hat er mich jetzt so schreckt wo ist sie? ich opfer mich für euch ich opfer mich für euch Richtung, das war so klar, ey der Generator ist fast fertig äh, also die Hälfte fertig da vorne scheiße, ey ja, sie trägt mich weg ach, nee, ich bin ich bin instant tot brauchst nicht kommen fuck also der Generator Richtung Mitte den hab ich so ein Drittel bis zur Hälfte gerade gemacht ich hab eigentlich die ganze Zeit gedacht die kommen von der anderen Seite hab dann kurz geguckt hab sie dann gesehen ich denke, scheiße also 50-50 Chance rechts oder links bei der Einstellung sehe ich nichts aber ich glaub, sie ist weg nee, nee, ich hör sie doch von wo kommt die? ja, ich glaub, ich hab sie gerade rechts gesehen aber du zappelst so immer ach, da ist noch ein Generator gewesen denkt dran, die sieht deine Blutspuren nein die ganze Zeit hat's gut funktioniert und immer wenn man's mal braucht die hat dich aber irgendwie auf dem Schirm links ist eine Öffnung also zur Not da rausspringen ich denke mal, sie kommt hoch du bist immer noch verwundert, ne? du weißt, dass du dich heilen kannst sie ist da, sie ist da pass auf, sie guckt nee, sie zerstört gerade sie kommt nimm's Fenster ich meine, du bist da ein Ticken schneller wenn du nicht wieder reinrannst natürlich oh, oh, oh weg, weg, weg jetzt hat sie dich ja, ich weiß es was war das? links war gerade so ein komisches schwarzes Loch oh, den Generator macht sie auch kaputt also der eine rannt weg ach, der geht zum Generator, glaub ich oder? naja, der geht zum Generator, der eine nee, der will dich retten, glaub ich ich bin sofort tot nee, doch nicht aber du hast nicht mehr lang doch, das ist nur zur Hälfte oh, oh, was war das? ah, der ist an dir vorbeigelaufen wie blöd ist der? ja, geil ja gut, die ist da die verfolgt den ja, aber da war sie ja noch nicht da ja der ist aber nicht auf dich zu und hat dich runtergeholt sondern ist direkt an dir vorbei ich weiß auch nicht der andere wird wahrscheinlich gerade einen Generator machen der andere ist getroffen worden nee, nee, nee der versucht zu blenden klappt aber nicht nun halten uns auf das Zeug schon was macht denn jetzt? ist der jetzt anders unten gelaufen? nee, die ist schon wieder bei mir ja, klar ja, wenn man ihm das wenigstens sagen könnte was, ne? ah, hier ist ein Brunnen er läuft Richtung Ausgang will der sich heilen oder wo läuft der jetzt hin? wieso? der versteckt sich wieso versteckt er sich? da hat doch gar keine Kräer da äh, vor ihm schleicht die zweite rum ah, hier ist aber auch der Mörder, glaube ich wenn ich das richtig gesehen habe ja, und beide verstecken sich in der gleichen Ecke ah, ne, die will den heilen ich heile ihn ach, du bist das bin ich achso ja, du bist die ganze Zeit am Fluchen ich hab gedacht, du hängst noch ja, hängen wahrscheinlich nicht aber du bist doch irgendwo ah, Justo hat's erwischt nee warte mal, Justo ist doch der, den du jetzt geheilt hast wieso ist der jetzt rot gewesen gerade? ah, der andere läuft genau hier rum oh, oh, oh ne, die sieht er jetzt ja, das war klar warum bleibt der denn da hocken? ist doch klar, dass der dann auf den geht siehst du die? sie ist wohl von ihm jetzt weg also von, von dem Justo, den du geheilt hast der jetzt wieder verwundert ist übrigens äh er hat ihn gesehen, den Dings-Typ na, aber es wird hier wieder ein bisschen lauter ja, der rennt immer rum den hat's jetzt aber erwischt achso, der andere ja, ich seh es wieso rennt denn der Justo? achso, der kann sich nicht heilen die bleibt stehen warum steht die da jetzt? was macht der jetzt? hä, Disconnect nein, der Host hat den Dings von oben von Host getrennt? ja, der Host ist abgestürzt ist er abgestürzt oder hat er keine Lust mehr gehabt? nein, ist abgestürzt ja toll er hat's ausgemacht online überlebensrang achso, doch, jetzt tut sich was ich habe mal 16.000, was ist denn mit Nils? ähm ist auf jeden Fall nicht hier drin hm 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 Untertitelung des ZDF, 2020